Was passiert? Dir werden irgendwelche komischen Sachen angezeigt, die man nicht braucht. Okay, also lass ich das mal bleiben. Ja. Ich fuhre kurz. Mit drei vorwärts. Jetzt mach ich ein Tor. Ich hab einen Torschuss gemacht. Oh. Hast du mich in das Nos geschubst? Ich kann gar nichts damit anfangen. Scheiße. Ja. Der Winkel hat nicht gepasst. Keine Parade willst du mich eigentlich dafür verarschen? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ach, alles cool, Andi. Ohne meiner. Ihr seid Bus zu zweit. Ihr bringt euch gerade gegenseitig um. Ja, ja, die anderen machen ja auch nix. Das war das Problem, dass wir jetzt zweiten waren. Ja, alles gut. Haaaall. Scheiße. Scheiße. Wir haben es halt ein bisschen. Machst du den, wo ich den? Was machen die? Jetzt wird aber nochmal. Ah. Ja, genau. Die Pferde ist nicht gut. Wir werden schon sehen, was er davon hat. Ach komm. Wie geht das wieder los? Danke. Boah, wir haben ja ewig gebraucht. Ja. Warum, warum alle so kompliziert? Einfach fahren. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dann kommt der wieder. Wie? Irgendwo in der Gegend rum? Wir wollten es halt schön machen. Ja. Ja. Hi, Ole. Einmal weggekickt. Boah, das war ein Torschuss. Boah krass. Boah krass. Boah krass. Schönden. Ja. 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 schon mal weg. sagt der Oli na ja fast wenns Null reicht auch auch gewonnen alles gut ne das muss noch 1 2 gut yeah haus hoch 2 0 gewonnen ne Mücke ist grad eben gejoint ja wissens es regnet ja passiert vorwärts vorwärts ähm wirst du mal geplant dann hättest du auch vorwärts haben sollen ja hab echt keine Fehler mehr drauf seit dem Ding ab ist meine Fresse ich kanns mal eh abgerissen ja kannst du das nicht selber einfach wieder zusammen löten oder so löten hier wird nix gelötet das sind hunderttausende hier wird nicht gelötet also ja oder abschneiden und neu einfach neu reinstecken nein man kriegt es nicht nachgezogen aber es gibt ja noch Ausweichadern die sind ja nicht alle licht aber dafür muss ich halt am APL also am Hausanschlusskasten auch umschalten und der ist abgeschlossen leite ihn ab und steck ihn rein und warum kann man das nicht zusammen löten weil das ordentliche Fehler gibt das muss schon sauber sein eigentlich muss ein Kabel auch Kupfer grad auch bei Abgeschwindigkeiten von 50 oder so sollte das schon durchgängig sein und je mehr rumgeknüppelt du da hast umso furchtbarer wird und da ist auch nicht viel mit löten weil das guckt nicht mehr viel raus müsste das Ding versuchen abzulegen und näh und dann mach ich am Ende weil da auch schlecht rankommen ist und es nicht nachzuziehen geht da und wie gesagt da da ja noch eigentlich noch Adern über sind weil halt einfach ein anderes Adernpaar und gut ist und doch wieso ist das abgebrochen? habt du ja irgendwie rumgezogen? ich denk mal nö das ist ja eigentlich ist das ja schon seit seit Jahren dort hinter dieser Dose verborgen wahrscheinlich hat das irgendjemand mal irgendwie geknickt da reingetan oder so komisch dass es halt direkt am Kabel da wo es abisoliert ist dass das richtig schön weggeknickt ist und es hält halt nicht ewig ich bin auch ab und zugeknickt oder die haben das beim abisolieren mit erwischt vielleicht das ist schon von Anfang an aber dann hätte ich das eher merken müssen ich weiß nicht vielleicht rief die Waschmaschine einmal zu oft dass die Wände gewackelt haben keine Ahnung ich weiß es nicht auf jeden Fall ist es jetzt halt endgültig ab wir hatten erst die Vermutung weil mein Nachbar halt auch Probleme hatte dass das Kabel absäuft irgendwo in nem Boden ja 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 jesus 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 nicht nur im Angriff verloren sondern auch in der Verteidigung im Hacks verloren ja jesus 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 ich soll nicht lesen ach ich hab nebenbei Dienstplanhof und gerade Dienstplanvon gesehen und habe ich gerade realisiert wer arzt ist der ohne magst du nicht wieso bekommst du jetzt dafür die glanzparale nicht mögen so mag ich ihn schon aber seine ausrückzeiten kannst du vergessen da brauche kein arzt wenn du mitternacht gerade verblut ist und es schlecht ist ungünstig das hätte nicht raus oder wie erster erster meinung schauen wir mal warten wir 15 minuten oder ob das ernst gemeint ist genau aber warten wir mal ein wenig ob das tatsächlich benötigt wird geben wir dem fahrzeug die chance mich zu stornieren nach 15 minuten nachdem die alarmierung kommt kommt er dann aus dem krankenhaus erst raus das heißt er kann nicht die gerichtsmedizin machen oder wie nicht mehr denken das ist der moment wo es nur noch bergab geht denn die kriegte eine komische 100 level noch und dann ist Pause oder? Ja werden aber noch ein zwei Spiele sein gelandet was? wieso denn? Ja weil du ab dem level nicht mehr so schnell aufsteigst warum cool? Ja wieviel bist du jetzt da ist? äh ein drittel, fünftel oder was? äh ein drittel, fünftel oder was? bei... oder 99,... je nach... 29... keine Ahnung zwei fünftel hab ich von dem level bei fünftel... ne dann ist das ja nicht viel dann weiß ich nicht, dann nehme ich meine Aussage zurück jetzt haben wir die zwei fünftel, glaub ich, gemacht die war sie nicht mehr nicht nur mal gucken, wie es nach dem Match ausschaut natürlich immer davon abhängig, ob man gewinnt oder nicht so noch ich wollte nix sagen, aber momentan sieht's, glaub ich, gut aus wir haben schon höher verloren, ne? und auch schon später und kurzfristiger aber auch gesagt, momentan momentan ist eine Bestandsaufnahme, die sich kurzerhand auch ändern kann okay, hast du grad Wikipedia nebenbei offen, oder? ich hab grad überlegt so na ne, ich hab Dienstplan offen boah, das hat doch cool gelöst 3, 2, 3, 6, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oh, schade, der ditscht zu früh nochmal auf pfff ich bin jetzt bei... ja, ich würd mal sagen... zwei Drittel von... drei Drittel drei Drittel von drei Drittel... wirklich? wirklich? und dann, wenn ich mich nicht Vielen Dank.